Morbus Crohn, eine oft verkannte, aber ernstzunehmende chronische Darmerkrankung, manifestiert sich durch eine Vielzahl von Symptomen, die das tägliche Leben erheblich beeinträchtigen können. Die frühzeitige Erkennung dieser Anzeichen ist entscheidend, um angemessen reagieren und langfristige Komplikationen verhindern zu können. In einer Welt, in der Gesundheit und Wohlbefinden im Mittelpunkt stehen, ist das Bewusstsein über solche Erkrankungen wichtiger denn je. Dieses Video beleuchtet zehn frühe Symptome von Morbus Crohn, die nicht ignoriert werden sollten. Die Kenntnis dieser Anzeichen ermöglicht es, proaktiv auf die eigene Gesundheit zu achten und im Bedarfsfall rechtzeitig medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Hier sind zehn frühe Anzeichen von Morbus Crohn, die du kennen musst. 1. Bauchschmerzen und Krämpfe Bauchschmerzen und Krämpfe sind oft die ersten Warnsignale von Morbus Crohn. Diese Schmerzen resultieren aus der Entzündung, die Teile des Verdauungstrakt betrifft. Sie können plötzlich auftreten, sich über Stunden oder Tage erstrecken und wieder verschwinden. Die Schmerzen sind häufig im unteren rechten Bauchbereich lokalisiert und können in ihrer Intensität variieren. Betroffene beschreiben sie oft als stechend, krampfartig oder andauernd drückend. Diese Schmerzen können durch bestimmte Lebensmittel verschlimmert oder durch Ruhephasen gemildert werden. 2. Durchfall Durchfall, insbesondere wenn er chronisch auftritt, ist ein häufiges Symptom bei Morbus Crohn. Dieser kann mild bis schwer sein und wird oft von einem plötzlichen, dringenden Bedürfnis zur Stuhlentleerung begleitet. Die Häufigkeit und Konsistenz des Stuhls können variieren, wobei wässriger Stuhl häufig vorkommt. Durchfall bei Morbus Crohn ist nicht nur unangenehm, sondern kann auch zu Dehydration und einem Mangel an wichtigen Elektrolyten führen. Es ist ratsam, die Ernährungsgewohnheiten zu beobachten und festzustellen, ob bestimmte Nahrungsmittel den Durchfall verschlimmern. Zusätzlich können regelmäßige Flüssigkeitszufuhr und eine ausgewogene Ernährung dazu beitragen, die Symptome zu lindern. 3. Müdigkeit Müdigkeit, ein weit verbreitetes Symptom unter Morbus Crohn-Patienten, kann sich tiefgreifend auf die Lebensqualität auswirken. Diese anhaltende Erschöpfung ist nicht allein durch normalen Schlaf oder Ruhe zu beheben. Oft ist sie eine direkte Folge der entzündlichen Prozesse im Körper, die Energie verbrauchen oder der Mangelernährung, die durch die ineffiziente Nährstoffaufnahme im entzündeten Darm entstehen kann. Müdigkeit kann auch psychologische Ursachen haben, da der Umgang mit einer chronischen Krankheit mental belastend sein kann. Es ist wichtig, regelmäßige Ruhepausen einzulegen und aktiv Strategien zur Stressbewältigung anzuwenden, um dieser Erschöpfung entgegenzuwirken. 4. Gewichtsverlust Unerklärlicher Gewichtsverlust ist ein häufiges Symptom von Morbus Crohn und kann ein Indikator für die Aktivität der Krankheit sein. Er kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie verminderte Nahrungsaufnahme aufgrund von Bauchschmerzen, Übelkeit oder Angst vor Schmerzen nach dem Essen. 5. Fieber Leichtes Fieber kann ein weiteres frühes Symptom von Morbus Crohn sein. Obwohl es oft als mild angesehen wird, ist es ein Zeichen dafür, dass im Körper eine Entzündung vor sich geht. Fieber kann periodisch auftreten, insbesondere während Phasen, in denen die Krankheit aktiver ist. Es ist wichtig, die Körpertemperatur regelmäßig zu überwachen und bei anhaltendem oder hohem Fieber medizinische Hilfe zu suchen. Fieber kann auch auf eine Infektion oder eine andere Komplikation hinweisen, insbesondere wenn es von anderen Symptomen wie starken Bauchschmerzen oder Veränderungen im Stuhlgang begleitet wird. Das Vorhandensein von Blut im Stuhl ist ein ernstzunehmendes Symptom, das bei Morbus Crohn auftreten kann. Dies kann ein Zeichen für schwere Entzündungen oder sogar für Geschwüre im Darm sein. Dieses Symptom sollte nie ignoriert werden, da es auf schwerwiegende Komplikationen hinweisen kann. Eine ärztliche Untersuchung ist erforderlich, um die Ursache des Blutes im Stuhl zu diagnostizieren und angemessen zu behandeln. 7. Geschwüre Geschwüre sind ein häufiges Symptom bei Morbus Crohn und können sowohl im Verdauungstrakt als auch im Mund auftreten. Diese schmerzhaften, offenen Wunden entstehen durch die chronische Entzündung. Im Mund können sie das Essen und Trinken erschweren und sind oft eines der ersten Symptome, die bemerkt werden. Die Behandlung von Geschwüren erfordert häufig eine Kombination aus Medikamenten, Ernährungsumstellungen und manchmal chirurgischen Eingriffen. 8. Appetitlosigkeit Appetitlosigkeit bei Morbus Crohn kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, darunter Bauchschmerzen, Übelkeit oder Angst vor Schmerzen nach dem Essen. Diese Reduzierung der Nahrungsaufnahme kann zu Gewichtsverlust und Mangelernährung führen. Es ist wichtig, auf die eigenen Essgewohnheiten zu achten und kleine, nährstoffreiche Mahlzeiten über den Tag verteilt zu essen, um den Appetit zu stimulieren und die Nahrungsaufnahme zu erleichtern. In einigen Fällen kann auch die Zusammenarbeit mit einem Ernährungsberater hilfreich sein, um eine ausgewogene Ernährung sicherzustellen. 9. Perianale Beschwerden Perianale Beschwerden, einschließlich Schmerzen, Schwellungen oder Absonderungen um den Anus herum, sind bei Morbus Crohn nicht ungewöhnlich. Diese Symptome können auf Komplikationen wie Fisteln, Fissuren oder Abszesse hinweisen. Die Behandlung dieser Symptome erfordert oft eine Kombination aus Medikamenten, manchmal chirurgischen Eingriffen und sorgfältiger Hygiene. 10. Gelenk- und Hautprobleme Morbus Crohn betrifft nicht nur den Verdauungstrakt, sondern kann auch systemische Symptome wie Gelenkschmerzen und Hautprobleme verursachen. Gelenkschmerzen, oft in Form von Arthritis, können in den Gelenken der Hände, Füße und des Rückens auftreten. Hautprobleme können sich als Ausschläge, Knoten oder Geschwüre äußern, die sich auf verschiedene Körperbereiche ausbreiten können. Diese Symptome sind Teil der systemischen Entzündungsreaktion, die mit Morbus Crohn einhergeht. Eine frühzeitige Erkennung und Behandlung dieser Symptome ist wichtig, um eine Verschlechterung zu verhindern und die Lebensqualität zu verbessern. Zusammenfassung Die Kenntnis dieser 10 frühen Anzeichen von Morbus Crohn kann entscheidend sein, um die Krankheit rechtzeitig zu erkennen und zu behandeln. Es ist wichtig, bei Verdacht einen Arzt zu konsultieren, um eine genaue Diagnose und geeignete Behandlung zu erhalten. Frühzeitige Intervention kann helfen, die Symptome zu kontrollieren und die Lebensqualität zu verbessern. Danke fürs Zusehen! Wenn dieses Video hilfreich war oder eigene Erfahrungen mit Morbus Crohn vorhanden sind, bitte in den Kommentaren teilen. Für weitere gesundheitsbezogene Inhalte dieses Video teilen, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um keine Updates zu verpassen. Bis zum nächsten Mal!